Dieses Video präsentiert Ihnen der Goi-Boote Herrenberg. Wir haben 63 Gruppen, 2.500 bis 3.000 Kästgräser und ganz viele Zuschauer wünschen wir uns bei dem tollen Wetter und schätzen zwischen 20.000 und 25.000 Kästgräser haben wir. Vielen Dank! Wir haben jetzt auf dem Marktplatz die erste Narizont aus Renningen. Auch das ist etwas Wunderbares, wenn man jetzt sieht, dass die Pyramide im Entstehen ist. Daher winkt links. So und ja! Super! Elstag! 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 Die möglichen Lothar-Menscher, durch die Scherz, durch die Schloch, in der Leitung von Papa Hidernik und hier muss alle dreimal Lothar-Menscher. Die Scherz, durch die Scherz, durch die Scherz, durch die Scherz. Die Scherz, durch 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 die Scherz. Supergut! Stehen! Stehen! Sous-titrage Société Radio-Canada Stehen! Stehen! Super! Bei der Große! Ja, langsam, langsam! Es fehlt noch die Spitze! Aber die ist ganz schön hoch! Eins, zwei, drei, vier, fünf Etagen! Aber... Ja! 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 Ja, ich würde mal auf mich. Bull? Schlaf! 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 Und das zweite ist Kea Kea. Sehr gut, weiter rum. Jao! 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 So, und jetzt dürfen wir natürlich ganz herzlich begrüßen eine Zunft, die natürlich aus unserer Stadt auch so herzlich willkommen ist auf dem Marktplatz. Die erste Freiener Zunft in Oberjelsingen. Jao! 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 Als gute Freunde dürfen wir begrüßen aus Haslach, die wir bei uns heute das erste Mal laufen. Oder der Weiden von der Bille Holz. Und da gibt's zwei Rufe. Einmal Muscht Bamba. Das machen wir jetzt als erstes. Muscht, 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 Muscht. Wir hoffen, ihr seid eigentlich ein bisschen gefallen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Und los geht's! Nun, du Gnom, hiermit erkläre ich dich in allen Punkten für schuldig. Deshalb wirst du heute sterben und in diesen Scheiterhaufen hingerichtet. Ja, ja, ja.